Hallo zusammen, es geht weiter mit Fortnite. Viel Spaß beim Zusehen, wünsch ich. Die zweite Woche Fortnite Kapitel 4 OG Season neigt sich so langsam in dem Ende. Und somit wird die aktuelle Map des Kapitels 1 Saison 6 verschwinden. Und ab heute, Donnerstag, 16.11.2023, gegen die Map der Saison 7 des Kapitels 1 ausgetauscht werden. Es wird somit frostig und eisig werden. Vorher gibt es aber noch eine kurze Zusammenfassung meiner Nvidia Highlights der letzten Woche. Wir sprechen hier in der nächsten Woche. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020